Der sieht nett aus. Der sieht auch richtig nett aus. Also der ist wirklich hübsch. Der Boy. Das ist ein schwarzer Drache, oder? Das sieht auf jeden Fall so aus. Ja, wie so ein Zombie-Drache. Das könnte aber auch so ein schwarzer sein, weil hier so sieht es so aus, als wäre es halt Säure. Ja, wie gesagt, Säure. Also schwarze Drachen sind noch Säure-Drachen, oder? Soweit ich weiß. Du brauchst Säure-Drachen. Du Mensch, halt wegen Dragonborn. Nee, nee, also wirklich Säure-Drachen auch von dem Dungeons & Dragons-Film her. Ich glaube, der hat Säure gespuckt. Der schwarze Drache. Aber der sieht sehr tot aus der Drache. Aber auch wieder lebendig. Ja, so ein bisschen lebendig. Ja, so wie die anderen unten drunter. Ja, safe. Also guck dir die an, die sehen noch richtig lebendig aus. Ich weiß gar nicht, was du da willst. Alles am Leben hier. Sehr schön. So iconic to D&D, that we want them to be shared knowledge among all D&D-Players of all ages. What is Mithril in D&D? What is Adamantine in D&D? That kind of thing. The lore-glossary captures a lot of that lore that many of us old-timers have embedded in our heads. But a lot of D&D players don't. And so this is just an easy, quick reference guide for people who are looking for information about this mysterious thing they just stumbled upon. So the fourth wholly new thing in the Dungeon Master's Guide that I haven't talked about yet is the Bastions chapter. I am very, very excited for this. So Bastions is, while the word is new to our lexicon in D&D, it's built on a very old concept because even going all the way back to the earliest editions of D&D, there were rules for building strongholds. Often you didn't get access to them, though, until you were much higher level. We have designed the Bastion system in the Dungeon Master's Guide so that characters can start building their Bastions at level five. Wow. These continue to grow over the life of your adventuring career, but the magnificent thing about them is you can, you basically run them as kind of like a separate little activity. It does not stop you from being an adventurer. Yeah. Your adventurer can go around saving the multiverse, you know, run off to the Nine Hells or run off to the Feywild, do what you have to do. Once your Bastion is up and running, it is kind of a self-sustaining unit, and it's the players who run the Bastions. So every player is in charge of their own Bastion and their own Bastion's maintenance, and there are this mechanism called the Bastion turn, which activates whenever the DM basically says, okay, your Bastion now take a Bastion turn. You don't even have to be home for your Bastion, for something to be happening in your Bastion. But also, a Bastion is like a minigame, a minigame that the player is controlling. The players are essentially DMing their own microcosms within the larger campaign, giving identities to their hirelings in the Bastions, triggering events. Man, ich sehe schon da so rumrennen, Alter. Das sind so kleine Goblins, die für euch irgendwie Arbeit machen, und da heißt einer Herbert, einer Gerd, und die werden einfach getreten, dass die ihre Arbeit machen. Und alle sind unterbetrigt und sind am Hungerstod. Das ist so. Approved. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wobei ich auch, also, was ich ein bisschen doof finde, dass jeder seine eigene hat, und das so quasi so weg von diesem, wir spielen die, die zusammen ist. Ja, die Logik dahinter verstehe ich auch noch ganz. Also, vielleicht kann man da ja, vielleicht kann man da ja das so ein bisschen umbauen, ne, dass man das auch irgendwie zusammen oder so machen kann, aber ich, also, dass jeder seine eigene hat, finde ich halt schwierig, weil das würde immer bedeuten, wenn ihr Offtime habt, dass ihr gar nicht zusammen seid, dass ihr gar keine Sachen zusammen macht, weil ihr euch die ganze Zeit in, in eurer Bastion verbunkert und irgendwelche Bastion-Dinger macht. Ja, wir trennen uns und treffen uns im Dungeon. Ja, quasi so, ne. Ich hab schon mal ne WhatsApp, ne. Ja. Ja. Deswegen. Lass mal mal gucken. Und der DM muss ja alle drei, also alle sonst wie viele Plättchen, wo man hat. Ach jo. Deine Hand drüber. Ne, ne, das macht ihr selber. Das macht ihr selber. Das hat er ja schon gesagt. Sag mir, was mit deiner Best schon passiert. Aber trotzdem musst du dir die Hand drüber halten, dass du alles abgeht. Äh. Machen, was du willst. Ne, du hast ja Punkte oder so, die du verteilen kannst und die du machen kannst. Das musst du dem DM halt schon sagen, was du mit diesen Punkten anstellen willst. Das ist klar. Aber, im Grunde genommen ist das eure Bastion. Und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt halt nur spezielle Sachen kaufen. Das ist klar. Und spezielle Dinger machen, aber abgesehen davon ist es euer kleiner, wie ihr es gesagt habt, Mikrokosmos, wo ihr drüber DM spielt. Also, da habe ich dann als DM relativ wenig dabei. Fabian, du kannst auch keine, du, ich bin auch völlig fein damit, wenn du keine Bastion willst, wenn du die ganzen Bonus-Dinger da überhaupt gar nicht willst. Bessere Magic-Items und was weiß ich, was da alles kommt. Ich bin damit sehr glücklich. Überwertet. Wurde alles verkauft und dann irgendeine krasse Waffe plus 10 gekauft. Ich meine Gegner. Von den Gegnern. Und es ist ein wunderbarer out-of-game-aktiver. Ja. Oh, es ist ein richtig Minigames. Ja. Wenn du somit has, wenn es, wenn du, wenn du, wenn du dran kapest, oder was, wenn du nicht drückst. Und du kannst nicht untere package ensemble. acker oder was, das ist okay. Du DM cries, dass du, ihre DM kann einfach einfach selbstプredenstern. Der ja rent die Message. Ja. Dann von der Trainer aufiste próximen-DC-Ding. Off die Spieler her und die DMs einfach alles respected wissen, was ihre Bastions getan haben. Das ist ein gewiss Castlich. Das ist ein gewesTel Screen im Grunde. And then we have just a massive treasury, I mean treasure section. Yes, so as in 2014, the biggest chapter in the Dungeon Master's Guide is the treasure chapter. Loot. Loot. Yes, every magic item is getting, you've got a little hairy eyeball. We took a look at it, we made some refinements to it. And we stuffed even more magic items into the chapter to address certain holes or gaps that we'd identified. For instance, in the 2014 DMG, there weren't a lot of common magic items. So we imported a few. We also saw opportunity to squeeze in some, shall we say, nostalgic delights. In celebration of 50th anniversary, including things like magic items used by the kids in the D&D cartoon. Perfect, yeah. We've also taken another crack at the crafting magic items rules. How do you, a player, rather, how do you, a character, craft an item of your own with your DM's consent, of course. And is the crafting system also in the player's handbook or is it only the DMG? That is a great question. So the answer is yes. There is crafting magic items in the player's handbook, but it's limited to... Some very simple potions and scrolls. Okay. So you can create a low-level spell scroll or you can create a potion of healing or some other low-level potion. The rules in the Dungeon Master's Guide are broader and encompass more variety. Perfect. That we have a whole chapter on the cosmology of D&D, which talks about the worlds of D&D and the planes of existence, that are out there waiting to be explored. That is nice. We tried to make them more beautiful this time around. We tried to... That is nice. I think it's there is now, but I've never really looked at it. Some of these places, and while still making it clear that, hey, you're the DM, what you show of the multiverse is entirely up to you. Perfect. We haven't talked a lot about the tracking sheets. Yeah. Tell me about the tracking sheets. So one of the fun new features that's sprinkled through the 2024 Dungeon Master's Guide, like candy, are these delightfully charming tracking sheets that not only do we put in the books as kind of like a show and tell to show you what we mean, but also we're going to make them downloadable off of our website so that you can just print them out and put them in whatever you use for your campaign journal. And these sheets are designed to help you keep track of important information in your game or in your campaign. There is a, for instance, if you want to create a new NPC, there is a sheet that we give you that you can use and write on to capture important information about that NPC, and it's presented in a very clean, elegant way. There is a sheet that you can use to build settlements like towns and villages. There's a sheet players can use to keep track of important information about their bastions. There is a sheet that you can use as a DM to keep track of the magic items that you've dispensed to the... Ich hoffe, die kommen alle auch online. Das wäre ultra dumm, wenn wir die nicht auch irgendwie in die Beyond oder so haben. Safe. Das ist ein Muss. Das ist ein Muss, dass diese Sheets da irgendwie reinkommen, weil das hört sich schon ziemlich cool an. Das hört sich echt gut an. Weil das hast du ja so gar nicht so wirklich. Also du kannst halt mit diesen Notes kannst du da irgendwie so ein bisschen was aufschreiben, aber das ist ja eher so halbgaren, ne? Wirklich richtiges hast du da nicht. Als Dungeon Master hast du schon mal gar nichts. Das existiert ja gar nicht. Also du hast keine extra... Das zum Beispiel vermisse ich eigentlich auch online, dass du so ein Dungeon Master... Ding hast, weißt du? Wo du dann auch drin rollen kannst, wo du vielleicht die Ability Scores siehst, die... Das wäre angenehm, ja. Äh, die Abilities etc. Das wäre geil. Und dann auch irgendwie Notizen machen kannst. Aber das gibt's ja gar nicht. Ja, aber das... Sind halt noch dran. Ist alles noch hier Beta und so ein Shitter. Die ganzen Tools... Ah, die sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Also die, die Beyond, sind ja nicht seit gestern erst draußen. Ja, aber die Tools, die kommen erst mal nach und nach auf die Idee auszubauen. Ja. Die in die Beyond gibt es seit 2000... Nee. 2022? Nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 2018. Ach, guck mal, wann sind erst mal die Tools rauskommt. Ah, nee, Launch 2017, 15. August 2017. Also ist schon ein bisschen länger draußen. Ja, aber guck mal, wann die Tools rauskommen sind mit, äh, mit Maps. Ja, 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 also das... Die sind ja auch alles noch neu. Ja. Auf denen Trichter kommen sind oder umsetzen konnten. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber das ist auch schon mal, ist auch schon mal gut, dass es da neue Tools gibt. Also das Maps ist wirklich geil. Das ist wirklich einfach, das ist toll. Das ist super. Ja, wenn du jetzt noch die ganzen, ja, Storys raushauen, wo die Bilder zur Verfügung stehen... Ich mag es einfach, wenn alles an einem Platz ist. Das muss so wie Steam werden. Das muss fucking so wie Steam nur für D&D werden. Das... Das müsste eigentlich der Anspruch sein von Wizards of the Coast. Das so zu machen wie fucking Steam. Du gehst da hin, um Spiele zu spielen. Oder beziehungsweise um Rollen, um halt D&D zu spielen. Und da muss alles sein. Jedes einzelne Tool, ob jetzt Initiative Tracker oder was weiß ich, das muss da drin sein. Das wäre eigentlich mein Anspruch da dran. Könnten ja, könnten wir ein bisschen schneller machen. Ja, nix da Ruheansprüche, Alter. In der Freizeit programmiere ich denen das. Das muss in die Intimidion rein, Alter. Ja, nix da drin. Die Sheets sind sehr schön. Ich denke, sie sind sehr kompelling. Ich denke, viele DMs will wollen zu nutzen oder wollen zu kreieren versions von ihnen. Und sie haben charmige, kleine Illustrationen von Monsters auf dem, die ich denke, sind absoluten Delightful. Jetzt habe ich nicht über die ersten drei Kapitel des Buches, Todd. Das ist mein Falt. Ich bin ein Terrible Intervieweer. Well, tell me about the first few chapters of the book. Chapters one, two, and three are super important. Okay. And we put them at the front of the book because they are super important. That's a good structure. Ich hoffe, dass in den letzten zehn Minuten das erinnert wird. Okay, perfect. It is a short chapter, primarily aimed at DM-curious folks, folks who haven't DMed or haven't DMed much and are curious to really kind of dive in and sink their teeth into the DM-Roll. And then we quickly segue out of there into Chapter 2, which is called Running the Game. Muss ich mir dann angucken, ne? Also. Ja, ja, nur du kennst. Und Patrick, wer da Bock hat. Was? Warte mal. Mach's Player Handbook an, wenn man freilich so schlusset. Das ist dann ein Messergehalt. Manche. Meine Rede. Das halt auch. Information about NPC building. A bunch of these miscellaneous topics that the 2014 DMG covered, but they were sort of scattered. Right. Everywhere. These are the building blocks. Yes. It's a good way to look at it. Building blocks. We call Chapter 3 the DM Toolbox because it's just this cyclopedia of miscellaneous parts. Toys. Toys, that can come up in play. Das wäre sehr schön, wenn dort so Sachen wie Gasthäuser und so alles drinstehen, wenn man das mal schnell wiederfindet. We need more information about curses and how curses work. There's a section on curses. You need more information about hazards like green slime, yellow mold, brown mold, fireball fungus. No. Yes. Fireball fungus? That's all in the hazard. Everything feels like a new, fresh experience and, like you said, a better experience for existing players who have been playing D&D. But this also feels like the best time to learn D&D now. It is taking the wonderful bits of the 2014 Dungeon Master's Guide and resorting them and blending them in a way with new stuff that does, in fact, turn it into a new book. Now, we've talked a lot about the new player's handbook, and you and I have talked a lot about the new Dungeon Master's Guide, maybe more than we should have, but we also have a new monster manual. Tell me a little bit about that. How has this been re-evanted? So, this is the largest monster manual the game has ever had, over 500 monsters in it, and that includes not only many of the classic foes that people expect to face in D&D, but also many creatures that could serve as allies. We have rebuilt every monster that was in the 2014 Monster Manual, striving to make it as fun as it can be, make sure it's as scary as it should be for its challenge rating. But then we've also added a bunch of new monsters. There are over 75 new monsters in this book, and many of the new monsters fill in families of monsters that already existed. Great example. The game already, of course, had vampires in it and multiple types. Well, there are even more types now. You know that would please you, Todd. And the additional vampire types are there because when we have looked at each of the major families of monsters, we've wanted to make sure that there were opportunities for groups to encounter that family of monster. Without being murdered right away? Maybe sooner than they could before. Yeah. But also in some cases, we also wanted there to be higher CR versions of some of these families of monsters. So there's a new low CR vampire, which is a vampire that is still partly mortal in the process of becoming a full vampire. But then on the other end, we have a new vampire that is more powerful than the sort of apex vampire that we had in the 2014 Monster Manual. We've also fleshed out many of the families of NPCs that existed in 2014. We wanted to make sure that those NPC groups remained relevant for more of a campaign, particularly because we know that DMs use the heck out of those NPC stat blocks that were in 2014. And so in addition to expanding out some of those NPC groups, whether it's bandits or priests or mages, we've also created new groups. So there now are, there's now a group of performers, there's now a group of pirates and so on, because we want to make this book the indispensable tool for DMs, as they're preparing adventures and campaigns to go to this book for inspiration. Yeah, when they're inspired by part by the stat blocks by the story text, as they're creating their adventures, but then also to have a whole bunch of stat blocks that are super easy to use, when initiative is rolled and the DM can unleash a whole bunch of surprises. Because there's been a little bit of extra added to them. And the art is also stunning. I've seen some of the art as it's been coming in, and that is stunning as well. Almost all the art in the book is new. That's perfect. Yes. That's a lot of art. It's glorious. Yes. One of the key things that we paid attention to is making sure that if it's a pre-existing monster, its challenge rating stayed the same. And that was a necessity for us, because we want to make sure that the monsters are all compatible with our previous 5th edition adventures. But we knew, based on extensive playtesting and 10 years of experience, that not all the monsters were hitting their CR exactly right. So that gave us room to make some fun adjustments. Yeah. And so there will be many monsters, particularly at the higher CRs, that are going to be far more terrifying than they were before. We also, in the monster manual, have created apex versions of certain creature types that didn't have an apex version before. Some of our creature types, dragons and giants being prime examples, along with our fiends, have long had really high CR, iconic examples of those creature types. We also, of course, have the Tarrasque as the apex monstrosity. But we have some other creature types that were missing a monster at that high level of difficulty. And so we have filled those gaps in the new monster manual. So that now means we have, in the construct category, we have a Colossus that can just trample. In the Uzz Category, we have a Blob of Annihilation, that can dissolve entire towns worth of people into an absolute horror. We now have an architect in the Fae Category that can strike true terror into high-level groups, cackling while doing it. Even the Elemental category, it's interesting, Elementals, that's one of the most classic monster categories. But it, too, was actually missing a monster at the sort of Tarrasque tier. And it now has one in the form of the Elemental Juggernaut. Well, we're about at time, but we are going to have a series of these videos coming out every single day during the weekdays. We are going to be going over different features in the Player's Handbook. We're going to be going over every subclass, every class, rules, glossary, spells. I hope everyone doesn't get sick of me, because we're going to talk about this every single day. I'm very excited that all three of these books are up for pre-order and that you can also pre-order with players' handbook separately. There are already a few things. Thank you for letting me interview you for so many years. Auf die alle. And put it with my fanboyness. But I'm so excited for these books. You've done an amazing job. And I hope you get a chance. Enjoy any time. I know you're still working on the Monster Manual right now and the DMZ. Yeah, we're still in the thick of it, but again, we were just playing D&D this past weekend, and in our hearts, we are D&D fans first. And to me, it is a wonderful sign that what I kept thinking was I as a fan cannot wait to have these books in my hands, because I want to see who you play. The new players' handbook is available for pre-order right now on D&D Beyond. You can find that link in the video description. Zack. Dann. Der Höhlen. Habe ich jetzt hier auch nochmal raus? Vornas. Ne. Gibt's net. Was ist das? Äh, egal. Lass doch auf. Also, was denkt ihr? Hört sich gut an? Oder? Na Gott, die tun ja einfach nur das Dach dabei, man oder so schlechte Situation sowieso net. Das wohl wahr? Neue teilen. Also, ich glaube auch, dass ich wirklich... Das wird halt komplizierter. Ja. Komplizierter? Inwiefern? Ja, allein schon... Viel mehr Info rinkommen. Das mit der Bastion. Ja gut, okay. Das ist ja das quasi neue Game-Mechanik. Äh, wat war net... Wie viele Feeds kommen? Über 70 waren das, Albert? Ja, aber es gibt ja jetzt auch schon extrem viele. Ja, also dann noch 75 Feeds. Ne, 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 ne. Insgesamt sind es dann 75, die in dem Ding drin sind. 70, das ist schon... Ist schon heftig. Ja. Das ist ein bisschen was, ja. Wir haben halt... Also, es sind schon... Es sind jetzt schon extrem viele Feeds halt draußen, ne. Also, ich müsste mal alle zählen, aber das sind locker auch an die 50, 60. Also, das, was ich sehe, und ich hab die ja noch nicht mal als alle. Ja, doch. Wobei, die werden alle angezeigt, aber na gut. Wir haben natürlich so net alle. Aber die gefühlt sind ja davon sauviele Feeds komplett für den Arsch. Und die wollen ja die Feeds machen, dass die... Ja, die haben halt alles angefasst. Ja, die haben halt jeden... Die haben halt jeden Feed haben die einmal angefasst. Das stimmt. Das ist richtig. Ähm. Ja. Ja, ja. Das ist halt, äh... Das ist halt die Frage. Ah, nicht klar. Neu ist immer gut. Neu ist immer besser? Wie Barney Stinson es sagen würde? Immer. Neu ist immer besser. Ähm. Jo. Neue Klassen testen, bestimmt lustig. Ey, ich bin gespannt. Mit den beiden Druiden, mit dem Baba. Genau, ich bin gespannt, ob sie wirklich... Ob sich wirklich die Klassen auch besser spielen. Ja. Also, es gibt ja so ein paar, ähm... Allein schon, wo wir überlegt haben, wo sie über den Baba geredet haben. Denke ich mir, der rennt jo allen Klassen davon. Der wird funny. Von dem Bastard her. Der, der wird, der wird funny. Dieser sich herumteleportierende Baba. Schöne Schwäche vom Baba? Mach ich weg? Oder ich hab so einen unaufhaltsamen... Ja, ist halt die Frage, ob's wirklich so wird, ne? Ähm. Ähm, und was für, was für weitere Monster vielleicht daraus kommen. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich am ersten darauf hyped, wenn das erste Abenteuer kommt, was diese Regelwerke vollumfänglich, äh, vollumfänglich benutzt. Da bin ich drauf gespannt, weil, sei mal ehrlich, keiner von uns geht hin und macht ein eigenes Campaign-Setting. Vielleicht ich, aber ihr ganz sicher nicht. Hallo. Hey, die verabschiedete Haze. Sei herrlich. Ich hab's immer geil gefunden, bei, äh, Schwarze Auge neue Kampagnen irgendwie sowas zu erstellen. Das hat Spaß gemacht. Er fängt geil, er macht auch eine. Ja, aber keine komplette. Also, das sind ja, wir haben ja immer nur so ein paar Abenteuer gespielt, ne? Ja. Aber das war ja kein, das war ja kein komplette, komplette Kampagne, ne? Und wir spielen ja auch keine, wir spielen ja auch keine einzelnen Adventures. Wir spielen ja immer Kampagnen, ne? Deswegen, ähm, also ich bin gespannt, wann da die erste rauskommt und was das für eine sein wird. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wieder eine rauskommt, die für neue Spieler gedacht ist. Also, dass er irgendwie, oder maybe auch nicht, weil die neueste für neue Spieler, die draußen ist, die spielen wir ja gerade. Mit Fabians. Hi. Fabian als CM. So, Nachaufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und, äh, wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so, so, dort, dort, dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen und, äh, vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, äh, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und, ähm, ich freue mich drüber. Dankeschön. Dankeschön.